Hast du auch Haus und Hof verloren? Dein ganzes Geld bei Online-Sportwetten verzockt? Dann zeigen wir dir jetzt in diesem Video, wie du dein Geld zurückholen kannst. Hallo, mein Name ist Tim Schmidhäusler. Ich bin Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Für alle, die in den letzten Jahren bei Online-Sportwetten Geld verloren haben, gibt es Hoffnung. Es gibt jetzt schon das dritte bahnbrechende Urteil eines Oberlandesgerichts. In diesem Video geht es um das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 19. Dezember 2023, in dem ein Spieler bei dem Wettanbieter Tipico einen Betrag von rund 135.000 Euro zurückbekommen hat. Du hast Geld verloren? Aber wie kannst du das zurückholen? Ganz einfach, was viele nicht wissen. Online-Sportwetten waren lange Zeit in Deutschland grundsätzlich verboten. Viele Anbieter haben durch viel Werbung den Anschein erweckt, es handele sich um ein seriöses und erlaubtes Angebot. Das war aber tatsächlich nicht so. Und das betraf auch große Anbieter, wie in diesem Fall den Anbieter Tipico. Auch auf diese Online-Sportwetten ist nämlich der Glücksspiel-Staatsvertrag anwendbar. Und bis 30. Juni 2021 waren die deshalb grundsätzlich verboten. Und auch danach sind Online-Sportwetten nur legal, wenn der Anbieter über eine gültige Lizenz verfügt. Das bedeutet, Sportwetten, die bis zu diesem Zeitpunkt ausgetragen worden sind, waren illegal. Und Sportwetten, die danach angeboten werden von Anbietern, die keine gültige Lizenz haben, sind weiterhin illegal. Und wenn diese Sportwette illegal ist, dann bedeutet das, dass du als Wetter dein Geld zurückbekommen kannst. In dem entschiedenen Fall hatte der Kläger zwischen November 2019 und Oktober 2020 eben 134.390 Euro bei Sportwetten beim Anbieter Tipico verloren. Und hat jetzt zunächst über das Landgericht Heidelberg versucht, sich das Geld zurückzuholen. Der Spieler hat schon in erster Instanz gewonnen, aber Tipico ist in Berufung gegangen. Jetzt liegt das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vor. Und das Oberlandesgericht stellt ganz klar fest, obwohl der Anbieter in Malta sitzt, gilt deutsches Recht. Das Glücksspiel online, die Sportwetten, war tatsächlich verboten. In der Zeit, über die hier zu entscheiden war, war das illegales Glücksspiel und deshalb waren die Verträge nichtig. Und der Spieler, der davon ausging, dass er an einem legalen Glücksspiel teilnimmt, kann das Geld natürlich zurückverlangen. Was noch wichtig für dich ist, dieser Spieler hat nicht nur sein Geld zurückbekommen, sondern Tipico muss ihm auch Zinsen dafür zahlen. Und zwar schon seit 2020. Also praktisch ab dem Tag, wo der letzte Wettverlust eingetreten ist, muss Tipico die Beträge verzinsen mit 5 Prozentpunkten über den Basiszinssatz. Das ist der gesetzliche Verzugszins. So eine gute Geldanlage gibt es im Moment bei keiner Bank. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu der Frage wird es für den Fall wahrscheinlich nicht geben. Das OLG hat die Revision nämlich nicht zugelassen. Was kannst du für dich mitnehmen aus diesem Urteil? Es ist mit dem Urteil noch einfacher geworden, Verluste aus Online-Sportwetten zurückzuholen. Und, das müssen wir dazu sagen, das gilt nicht nur für Online-Sportwetten, sondern für jedes illegale Glücksspiel. Also auch die Online-Casinos sind genau von diesem Urteil betroffen. Und ganz wichtig, auch aktuell sind die meisten Online-Casinos immer noch ohne gültige Lizenz unterwegs. Also wir reden nicht über Zeiträume in der Vergangenheit, sondern wenn du gestern Geld verloren hast, kümmere dich heute darum, beauftrage uns, wir holen dir dein Geld zurück, wenn dieses Online-Casino nicht über eine gültige Lizenz verfügt. Weitere Infos dazu findest du auf unserer Homepage. Wir haben eine Extra-Seite mit Informationen zum Online-Glücksspiel und zu Sportwetten für dich angelegt. Registriere dich gleich und nimm unsere kostenlose Erstberatung in Anspruch. Und abonnier doch gleich unseren Newsletter oder guck mal bei Social Media, da haben wir einige Kanäle mit interessanten Informationen. Lass gleich ein Abo da und schick uns ein Like. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Und sag uns doch in den Kommentaren, was du für Informationen brauchst. Dann machen wir auch dazu vielleicht nochmal ein Video. Vielen Dank fürs Zusehen.